Hallo Leute, ich bin Amiro und heute habe ich wieder eine Folge Rainbow Six Siege für euch mit ein paar richtig guten Clips. Einer unter anderem, wo die Gegner quasi schon den Raum zu 99% eingenommen haben und noch 3 am Leben sind, die direkt im Raum sind. Also richtig krasser Shit. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und los geht's. Ich habe noch ein Flächer von Mockern. Links ist noch einer. Hast du Smog weggemacht? Ja, ich glaube schon. Ne, Smog ist noch da. Rechts ist der Jäger. Also hier. Nur angehettet. Die anderen beiden sind ja links beim Objective und bin nur halb schon tot. Also in großem Grenzen. Ich mach mal. Der links hier liegt. Ich sehe Jäger noch nicht. Der liegt? Links von mir, ja. Aber er ist hier an der Tür. Aber ich sehe ihn gerade noch nicht. Ich glaube, der liegt. Anderer liegt auf der Treppe. Jetzt sehe ich Jäger hier. Ich weiß nicht, aber ich versuche, ihn zu peaken. Ne, warte mal. Ich bin immer noch auf Ping. Also ein bisschen, der liegt jetzt hier unten. Hier, rocken auf Ping. Jetzt steht er wieder auf, ist weg. Jetzt genau auf Ping. Sein Kopf. Genauso mein Ping ist auch sein Kopf. Den Winger sehe ich ihn aber nicht. Sonst bist du gleich alleine. Ja, aber der Ding ist in der Hand. Smokeladung. Schieß ihn ab. Hä? Der will mir Smokeladung in der Hand schießen. Hä? Jäger peaked. Smoke auf Ping. Sauber, Junge. Hä? Was hat er denn gemacht? Er hat doch die ganze Zeit die Ladung in der Hand. Bei mir hat er die ganze Zeit die Smokeladung in der Hand gehabt. Also an Schießen. Ja, ja, mein ich ja. Bei mir auch. Und dann fängt er an zu schießen. Wasgae, schüss? Alter, diesen SchlubБ an dich bitte. Tollabend. Nichts. Geh, andere Tür. Schnell. Schönes Ding, Junge! Starkes Ding! Digga, voll Action hier unten! In dem Raum, fuck! Zwei Stück! Unten! Na, hier oben ist Bug drin! Termite hat zwei Shotgun-Schlüsse von mir! Egal! Beide sehr lit! Treppe, glaube ich, hoch, oder? Kein Safe, glaube ich, denke! Oh, hallo? What?! Ja, hier links! Ja? Hier, fahr raus, ja? Dann links, dann rechts! Wie bisher, auf 4 ist ... First die Nachrichten Deinemõien! Woah! Ist das nicht veractic anarianji? Nein, nein! Ich glaube, es ist voix đi! mehr, glaube ich. Boah, what the fuck? Ups. Kommt der hier hinten über die Treppe, Alter? Was denkt der sich denn? Wo ist denn der reingekommen? Hä, wo ist der reingekommen? Der muss ja übelst den Umweg gelaufen sein. Oh, ich höre schon wieder ein Schild. Oh, oh, ein Schild kommt. Interrogation, Guys. LOL! Er lief das Spiel, die Muschi. Oh, nein. Das war nicht gut. Wo war der? Äh, hier. Richtung Garage und nach hinten. Ich war genau bei dir auf im Raum. Ich war genau bei dir auf im Raum. Ich war genau bei dir auf im Raum. Alter, der ist da. Ah, fah. Scheiss. Das ist gut genug. Danke. Okay. Okay. Der letzte muss im Raum sein, oder? Oder auch nicht. Was war das? Hier, Tunnelgang. Ich glaube, Twitch und Ash. Oder ist das Ash ihre Waffe? Fuck it. Ja, wo sind die anderen, Döcher? Im Tunnel. Die werden uns gleich pushen. Die droppen gerade hinten. Ja. Bitch ist weg. Da musst du jetzt noch Ash sein und bei dir Bug. Und da kommt man von wo ganz anders. Das ist ganz hinten an der Double Door links. Aber im Gang, nicht an der Tür, sondern im Gang. Kommt direkt in die Kirche, glaube ich. Kirche wieder raus. Ja, müsste die Kirche rauskommen. Und das war's dann auch wieder für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye, Leute. Und... Tschüss.